Hallo zusammen, I Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das Relikt des Sears anzunehmen bei Aman der Weise auf der Höhlenfeuerhalbinsel an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich bin. Vor Quest war Relikte von Shanar. Ich nehme die Quest auf dem Patch Standpunkt 9.0.5. Das ganze sollte aber auch in BC Classic funktionieren. Ich zeige euch jetzt was man machen muss bzw. natürlich zuerst wo man hin muss und dann was man machen muss. Der Weg ist nicht allzu weit. Eventuell muss man auf dem Weg ein paar dieser Höhlenneber bekämpfen oder einen vielleicht auch gar keinen. Ich hatte anscheinend Glück und ihr seht man hat auch ein Questleiter mitbekommen. Falls das bei euch nicht hier angeheftet ist neben der Quest, ihr könnt es auch vom Inventar aus benutzen. Das ganze mache ich mal. Ich weiß jetzt nicht ob man das ganze Dice Leichnam anklicken muss. Ich habe ihn angeklickt und dann benutze ich das. Nun darf man ein bisschen warten. Also nicht ungeduldig sein wieso es nicht funktioniert. Und ich weiß ihr seid alle Profis aber eventuell gibt es hier kein Profi. Ich habe das Quest Item mit der rechten Maustaste angeklickt. So habe ich es benutzt. Und abgeschlossen. Mir wurde ja schon vorgeworfen dass ich alles vorkaue und dass ich die Leute auskenne. Und dann als ich bei einer Quest nicht erwähnt habe wie ich ein NPC benutzt habe, hat man mir vorgeworfen dass ich das nicht erwähnt habe. Warum ich das nicht gemacht habe. Also ja ich kann es nicht allen recht machen. Die einen wissen Bescheid, die anderen nicht. Ich mag natürlich jedem helfen. Quest ist abzugeben bei Amman der Weise auf der Höhlenfeuerfahrpinsel an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch Kanal. Würde mich freuen, wenn wir uns auch mal live unterhalten. Eizocke Ende